Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal eine Kid-Jumping-Choreo für euch und zwar zu dem Lied I like to move it, move it. Ihr findet den Link zur Musik unten in der Infobox und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachtjumpen mit euren Kids dabei. Demnächst zeigen wir auch mal ein paar Spiele, die wir zwischendurch immer spielen mit den Kindern. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben und abonniert unseren Channel, damit wir viele weitere Choreos für euch bereitstellen. Tschüssi! Tschüssi! Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020